So, mit mehr EFD Und jetzt haben wir nicht nur drei, sondern vier Leute die hinten stehen und snipern Und sie haben einen Dropcaller Was für wen? Von Check Auf und Hören Und so krass rumsnipern tun die EFD Jungs gar nicht Also die ist einfach gut Delta-3, Delta-5, dazwischen Override nicht vergessen Enemy Satellites online Brabus, wir gehen erstmal Delta-4 Sorry, sorry, sorry Jetzt ist mein Rücken offen Ja Mach nichts mehr vorwärts auf den Gegner zu Justin? Ja? Das kann man hier? Nein Sondern? Alphalanze, wir suchen uns Intel Das heißt ich ziehe mehr nach Delta-5 rein Die letzten beiden bei uns in der Lanze bleiben eher so in Delta-4 Und wir suchen uns Intel Für einen Brawl brauchen wir unbedingt Intel, wo die Hauptgruppe steht Die Bravo-Lanze hält sich in der zweiten Reihe auf Mit ihren Duggars Und gibt so Substant-Fire Power Und alles bleibt in Deckung, bis auf die Alpha-Lanze, die den Intel sucht Auch schön verteilen, schaut, dass ihr ins ECM kommt Von der Alpha-Lanze Eventuell, wir werden da reinigerexer Okay Den 2 Max Duggars, richtet euch mal nach denen aus, Bravo Mhm Ich habe einen Airstreik auf Bravo geworfen Ich habe einen Codec in Delta-5 gesehen Bitte Intels Wir weiter versuchen Wir müssen nicht alle auf den Leid schauen Ich habe einen ECHO 4 Alpha Ich denke sie sind ECHO 4, ECHO 5 Er hat noch nicht so weit weg Komm zurück, komm zurück ins Team Nicht nach Charlie 5, äh scouten Scouten, tu die Alpha-Lanze Wir haben einen Narka in Echo 5. Kommt mit rum bitte auf die Position, wir müssen wirklich auf die drauf. Becoming strike auf uns, Justin. Okay, Bravos, wir folgen der Alpha ein bisschen. Seismix vor uns. Rai, kommst du? Bravo, gelegt. Okay, ich habe die Hauptgruppe gefunden, die sind Echo 5. Ja, Richtung Echo 5. Also hier hat er einen Strike für Charlie. Ja. Assaults, trage den Angriff nach vorne. Sollen wir rein? Mensch, schau, das müssen wir kurz sammeln. Durchdrücken. Charlie ist in der Position. Kommt, Delta, auf der Drücke. Okay, los, 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 brav, du siehst, dass ihr euer Feuer schriegt. Erst Ziel, Delta. Landerungsschiff in Drop Zone. Delta, Center Torso. Delta da. Richtung Charlie, die Charlies. Charlie, Richtung Charlie. Ja, wir haben unten am Berg einiges. Alpha Lanze übernimmt die linke Seite auf Alpha. Einer ist der Naka. Bravos mit ziehen, auch über Echo 6. Er steht beim Kring drinnen, ne? Charlie ist zu mir, Jungs. Ich bin genagt. Direkt rein, weiter. Totesie, bleib beim Genagten. Oder nee, du bist ja ganz vorne. Wir sind da noch mit drin. Hippona. Da ist ein UAV über uns. Ja, von Jerkart ist Nark wieder. Er ist... ...Hotel, ne Doc? Schulter. Da ist ein Marauder direkt zwischen uns. Charlie Marauder. Nicht rückwärts, nicht rückwärts. Charlie down. Nark ist weg. Route, Center Torso. Down. Die Blatt ist vor. Die Blatt ist. Ich fand hier. Ja. Doch, ich bin unbefalt. Und X-Ray. So, vorn, zurück zur Gruppe. Auf dem Weg, Juliet. Mein Blut, keine Meldung. Rechts ist noch Foxtrot. Oder Lima, die Blatter ist. Hinter uns kommen zwei. Wir übernehmen. Echo. X-Ray Sender. Okay. Recorder the way there. Keep it up. Sorry, sorry. Lack durch Medizil an. Blood Ass. Hier hat Foxtrot 5 im See. Light Delta 6. Juliet. Alpha Lanze. Wir übernehmen auf Lima. Rechter Torso. Eint. Down. Wir schließen wieder an. Habt ihr da hinten noch ein Light? Oder was ist da hinten los? Ja. Okay, mach den zu zweit. Archie, du bist bei mir? Ja, ich bin bei dir. Sehr gut. Wir übernehmen die rechte Flanke. Ich glaube, hat einen DC. Neu Drops. Delta 5, Delta 4 tief. Light down. Ah, ich komme nicht mehr weg hier, glaube ich. Nur 27%. Boah, sind die schwer getroffen. Ich weiß weg, wo wir 0. Unsere Zeit vom Kreis läuft. Ja, ich bin. Achso. Ja. Aber wir fahren ja muss nur nach vorne, oder? Ja, definitiv. Definitiv. Verdammt schwer getroffen nochmal. Papa, Papa, die Alphas. Nein. Nein. Woher weg? Er ist halbiert. Oh, TOTEC, du stehst ganz unwünstig. Ja. Alphalanx wird wieder verkehlen. Jerk wird wieder, ähm, Aufklärung machen. TOTEC ist gerade daumen gegangen. Dann direkt ganz oben an der Kante. Ja, also könnten sie in der ECO 5 schon sein, hätte man aufgerissen. Ah, Dakers guckt auch mal nach links, vielleicht piekt da ja gleich einer rüber. Tango schon recht nah. Sulu, Braavos. Tja, wo sind die Braavos bloß? Urs, ihr seht auch aneuer Lanz undou. Tango ist wieder Nacht. Braavos, ihr seht wo euer Lanz nieder ist, oder? Hallo? Hört ihr mich? Gibt ihr denn Christoph Card eine Antwort? Ah, bin ja schon weiter cool. Ice CT Personen. Der von Jerk ist wieder ein Naka Das macht die Alpha-Lanze wieder Vorher suchen wir Intel Es sah Feuer aus D5 Vibrabus Eifer Eifer Wir stehen bei Echo 5 einige und fliegen raus Ja Wir gehen links rum und Neskanzi links Wendemanöver Alpha-Lanze immer mal wieder Hochschauen Bravos wir gehen ein bisschen weiter unten Wir haben die Reichweite Du bist der erste vorne Ja Ja so es lassen wir jetzt vorbei Und dann shuffeln wir mit ihnen Alpha 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 dann sind wir hinterher Weiter gehen weiter gehen Rechts von uns Justin Na ja wir müssen nach unten rein Stießen Ok Bravos hier stopp Geht nach unten lang Nicht durch die Corona Bravo wenn wir in der Corona mehrere Assaults Ja passt auf oben wo Sierra steht sind Stehen noch zwei Assaults Bravos Shuffle Jungs Ich schau jetzt mal zu mir Ok Bravos weiter Der Zulu auf Distanz kann mit der irgendwie Hinter uns ist noch wer Der Caldera Solo Delta Delta für Bravo Delta Delta Ich komm gerade der auch Zulu Sender Ok Bravos wir gehen jetzt Richtung Delta 5 Delta 4 rein Zu dem Hellbringer Uff Ich hab da ne ganz eklige ATM Bravo Uniform Ähm Uniform hinter dir Christoph Mhm Ich brauch einen von der Alpha Lanze Hier links Weil da haben wir einmal Tango Ich hab da nicht Kriege ich denke ich alleine Bravo gehen wir mit auf Tango Charlie ist gut Charlie ist gut Aber noch ein Lack Der ist sich alle umorientieren Das hilft nicht Charlie ist gut Guck mal zu mir Ähm Christoph unten ist Golf Mhm Den Aber wir gehen wieder auf Echo 6 Fox 6 rein Darf ich mich? Wir müssen auf Foxtrot 5 Alphas Aber ich bin das Bravo Bravo Wir übernehmen linke Seite Bravo Bravo Der ist so gut wie down Jetzt können wir nach rechts ziehen Oh ne Geht links rum Geht links rum Rechts ist offenes Feld Können wir dann die Duggars halten Hotel Hunchback Methoek LM Boot hinten bei der Drop Zone Ja oder leicht Drittes Rob Wer Ja Foxtrot muss links Der Timer läuft Aufgehobt Geduld Ich würde in den Kreis gehen Ja dann mach das Ja dann mach das Ah einer aus der Daggerlandzimmer bitte in den Kreis Ich geh da schon rein Ok Ok Reconnected Ich bin auf dem Marauder an der ECM Fox 4 Kann man schön peaken auch Ah ja Jetzt seh ich's Marta Ja Marta ist außer AFK Jema ist ne Ist ne Andes auf dem Boot Dreh des Schwell oder Schwer Schwer Und ja Nordpol Sind hier alle AFK oder wat? Zeit läuft Zeit läuft Sollen wir raus? Ja Also wir werden jetzt wieder ne schöne Strafe kriegen Wieso wir raus denn die Ja Diesmal Die Die Die